Willkommen zurück. Schließen wir unseren Überblick über die verschiedenen Bereiche der Q-SYS Designer Software ab, indem wir die Ansicht auf der linken Seite betrachten. Diese Ansicht verfügt über mehrere Felder, die sich auf- und zuklappen lassen, wobei sie immer nur eines der Felder aufklappen können. Das erste kennen Sie bereits. Es handelt sich um das Inventory, das die virtuellen Repräsentationen aller physischen Hardwaregeräte in Ihrem Design und die zugehörigen Komponenten enthält. Das wichtigste Element an dieser Stelle ist der Plus-Button, mit dem Sie neue Geräte aus Ihrer Inventory-Bibliothek hinzufügen können. Auch das zweite Feld, die Schemaseiten, kennen Sie bereits. Wenn Sie ein größeres Design erstellen oder einfach nur verschiedene Bereiche Ihres Designs auf verschiedene Seiten verteilen möchten, können Sie hier Seiten hinzufügen und benennen. Wenn Sie das Schemafenster einer Seite geschlossen haben, können Sie es hier wieder öffnen. Machen wir weiter mit dem UCI-Feld. Hier können Sie eine Nutzeroberfläche erstellen, mit denen die Anwender Ihr System steuern können und diese mithilfe der Q-SYS Control-App auf einem nativen Q-SYS Touchscreen, einem vernetzten PC, einem Tablet oder einem Smartphone bereitstellen. Wie auf den Schemaseiten können Sie auch hier den Plus-Button verwenden, um neue UCIs hinzuzufügen und zu benennen. Anstelle einer leeren Schemaseite wird daraufhin jedoch dies angezeigt, die UCI-Editor-Oberfläche. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt die UCI-Erstellung detaillierter betrachten. Verschaffen wir uns zunächst nur einen Überblick. Zuerst sollten Sie die Eigenschaften Ihrer UCI an Typ und Ausrichtung des verwendeten Bildschirms anpassen. Daraufhin werden die Pixel und das Seitenverhältnis der Arbeitsfläche entsprechend eingestellt. In der Navigationsleiste im UCI-Editor werden alle Ihre Seiten, Ebenen und Objekte angezeigt. Sie können den Plus-Button hier unten verwenden, um eine neue Seite oder eine neue Ebene auf einer vorhandenen Seite zu erstellen. Später zeige ich Ihnen, wie Sie zwischen diesen Seiten und Ebenen navigieren können. Sie können ganz einfach Steuerungselemente zu Ihrer UCI hinzufügen, indem Sie diese aus dem Schema direkt hineinziehen oder sie mithilfe der Copy-and-Paste-Tools einfügen. Sie können auch Grafiken in Ihre UCI einfügen, indem Sie eine Abbildung aus dem Dateibrowser hineinziehen. Alle Objekte werden in der Navigationsliste angezeigt, wo Sie sie sperren, die Sichtbarkeit anpassen oder die Reihenfolge ändern können. Die UCI-Erstellung lässt viel Spielraum für Kreativität. Auch damit werden wir uns in den folgenden Videos näher befassen. Im nächsten Feld finden Sie Ihre Snapshots. Auch dieses Thema werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Kurs behandeln. Snapshots sind sozusagen eine Momentaufnahme des Status eines oder mehrerer Steuerelemente. Mit einem Snapshot können Sie diese Zustände über einen einzigen Tastendruck wiederherstellen. Sie können viele verschiedene Snapshot-Bänke in Ihr Design integrieren, um verschiedene Steuerelemente zusammenzufassen. Sie können auch eine globale Snapshot-Bank erstellen. Diese sollten Sie jedoch mit äußerster Vorsicht einsetzen, weil Nutzer damit alle Steuerelemente des Designs auf einmal verstellen können. Auch wenn Sie schon mit der Verwendung von Snapshots vertraut sind, sollten Sie globale Snapshots nur mit Bedacht einsetzen. Als nächstes kommen die benannten Steuerungselemente, Named Controls. Sie können jedes Steuerungselement in die Named Controls ziehen, um mit einem Gerät darauf zuzugreifen, das nicht mit der Steuerung in Ihrem Schema verknüpft ist. Zum Beispiel können Sie ein benanntes Steuerungselement in einem Lua-Skript oder einem Block-Controller-Code referenzieren. Benannte Steuerungselemente können Sie zum Beispiel auch im Administrator-Tool anpassen, indem Sie bestimmte Zeitpunkte für die Ausführung von Events festlegen können. Sie könnten sogar einen Steuerungsprozess von einem Drittanbieter nutzen, um über das Netzwerk Befehle an Ihren Q-Sys-Code zu senden und damit die benannten Steuerungselemente zu betätigen. Im Grunde können Sie die Named Controls nutzen, um etwas innerhalb Ihres Schemas mit etwas anzusteuern, das sich außerhalb Ihres Schemas befindet. Bitte beachten Sie auch, dass Sie diese Liste der Steuerungselemente als XML-Datei exportieren können, indem Sie Tools Extract Named Controls anwählen. Einige benannte Steuerungselemente haben eventuell einen sehr unhandlichen Namen, wenn Sie diese hinzufügen. Sie können die Elemente ganz einfach umbenennen. Die Verknüpfung mit der ursprünglichen Funktion bleibt bestehen. Und wie immer, wenn Sie vergessen, wo ein Steuerungselement herkommt, drücken Sie einfach Ctrl-F, um die Quelle anzuzeigen. Zuletzt haben wir hier noch den Inspektor, mit dem Sie offensichtliche Fehler in Ihrem Design aufspüren können. Nein, der Inspektor kann Ihnen nicht sagen, ob Sie Ihr Audio gut eingestellt haben, aber er kann Ihnen helfen, eindeutige Fehler zu finden. Wenn Sie zum Beispiel Skripting-Komponenten oder Plugins verwenden, überprüft der Inspektor diese auf Coding-Fehler und zeigt Ihnen an, bei welcher Komponente ein Problem vorliegt. Der Inspektor kann auch verwaiste Steuerungselemente offent controls aufspüren, also Elemente, die mit keiner Elternkomponente verknüpft sind, also verwaist und nun nur noch nachts als dunkler Recher für Ordnung sorgen. Steuerungselemente können zum Beispiel verweisen, wenn Sie diese aus der ursprünglichen Bedienoberfläche in Ihre eigene UCI ziehen und dann später die ursprüngliche Komponente löschen. Das Steuerungselement wird weiterhin angezeigt, aber es ist mit einem großen Fragezeichen versehen, um Sie darauf hinzuweisen, dass es mit keiner Komponente verknüpft ist und der Inspektor wird Sie auf das verwaiste Element hinweisen. Der Inspektor identifiziert auch nicht-terminierte Signale, unterminated signals, also Signale, die noch nicht von außerirdischen Robotern eliminiert wurden. In der Welt der Schalttechnik hingegen sind terminierte Leiter solche, die an ein Terminal angeschlossen sind und nicht-terminierte Leiter sind Leiter, die nicht vollständig angeschlossen sind. Wenn Sie ein Signal-Tag für einen Leiter erstellt haben, diesen jedoch an anderer Stelle nicht anschließen, wird dieser Tag als Warnsignal mit einer gezackten Umrandung angezeigt und der Inspektor wird Sie darauf hinweisen, dass er nicht vollständig angeschlossen ist. Zu guter Letzt identifiziert der Inspektor alle Funktionen in Ihrem Design, für die Sie eine Core-Feature-Lizenz benötigen. Wenn Sie zum Beispiel eine UCI erstellt haben, wird er Sie daran erinnern, dass Sie für Ihren Core eine UCI-Deployment-Feature-Lizenz brauchen. Das gleiche gilt für alle Scripting-Elemente und Plugins, für die Sie eine Scripting-Feature-Lizenz benötigen. Wenn eine solche oder irgendeine andere Lizenz benötigt wird, werden ein gelbes Schloss-Symbol und eine Meldung in der oberen Menüleiste angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass Sie diese Lizenzen auf Ihrem Core installieren müssen, um Ihr Design darauf laufen zu lassen. Nun sind wir auch durch mit unserem Überblick über die verschiedenen Bereiche der Software. Als nächstes werden wir uns einige Features und Konzepte detaillierter anschauen. Ich hoffe, Sie haben mittlerweile einen ausreichenden Überblick über die Software, um mir zu folgen. Danke fürs Zuschauen!